Wir haben jetzt ein paar Tage in der Blauen Lagune verbracht. Es ist echt wunderschön, wenn die Sonne da ist. Ansonsten ist es ziemlich trüb und überall Haie um uns herumschwimmen, das war auch sehr entspannt, sehr cool. Und jetzt wollten wir eigentlich wieder zum Vespas zurücksegeln, das war eigentlich auf Wind angesagt, eigentlich sogar aus Süden, was für den Ankerplatz ziemlich ungeeignet wäre, aber wir haben im Original 0,0 Kilometer. Es ist so unglaublich heiß, man schwitzt einfach nur, wenn man gar nichts tut. Oh! Oh! Ich meine, komm mal zu Karabina und das haben die auch nicht schlecht. Hey buddy! Hey! Hör! Boah, auf jeden Stück. Wir haben vielleicht keinen Wind, aber wir haben immer einen Delfin um uns herum. Dem einen fehlt richtig so ein großes Stück an der Seite, dem er sich wohl angelegt hat. Kann man schon mal kurz für Pause machen und reinspringen? Wir fahren leider nicht in Spiellaune, die kleinen Süßen. Na ja, klein ist relativ. Es sind ganz schön große Kälber gewesen. Also die Blacktips, die hier sind, sind definitiv kleiner. Ich weiß nicht, ob du das Abendessen hast. Ich weiß nicht, ob du das Abendessen hast. Kann ich, kann ich nicht. Was zur Hölle machst du da schon wieder? Ich baue mir eine Spätzlepresse. Weil das letzte Mal so anstrengend war, das durch die Reibe zu machen. Hat ja irgendwie ewig gedauert. Dachte ich, ich guck mal, ob ich das nicht irgendwie anders hin bekomme. Wir wurden ein paar Mal gefragt, warum wir hier immer noch auf Rangiora rumhängen und wie lange wir schon hier sind. Mittlerweile sind es tatsächlich schon ein paar Wochen. Und der Grund dafür ist, dass wir immer noch das kleine Problem mit der Lichtmaschine bzw. mit der Trenddiode haben, seit wir aus Tahiti losgefahren sind. Die hat sich ja verabschiedet. Das heißt, wir müssen jedes Mal, wenn der Motor jetzt läuft, manuell immer halt die Batterien zusammenschrauben. Was einfach immer ein bisschen nervig ist und so etwas komisches Gefühl halt mit sich bringt. Wir haben versucht, irgendwie eine neue Diode zu bekommen. Das gestaltet sich hier etwas schwierig. Gleiches gilt für die Lichtmaschine. Gerade jetzt eben halt durch die verschiedenen Lockdowns auch in Europa kommt das mit der Versorgung eben halt auch nicht so ganz gut hier. Ist aber jetzt auch nicht so der einzige Grund. Im Endeffekt ist das auch schön hier. Wir haben hier ein paar Locals kennengelernt. Wir waren letztens mit Grace bei Punua an dem anderen Pass. Der ist ein Einheimischer hier, seit hier aufgewachsen, Generationen schon hier. Und sein Sohn und er sind erfahrene Astronavigateure. Die haben uns dann halt ein Abend ein bisschen was darüber auch erzählt, wie man zu archaischen Zeiten hier mit den Sternen navigiert hat. Und teilweise immer noch navigiert. Das fanden wir sehr beeindruckend. Wir haben dann auch so eine kleine Karte bekommen, die ich euch nachher mal. Und anhand derer wurde uns einiges erklärt. Wir hatten dann echt total klasse Abend. Von daher gefällt es uns hier. Für uns ist es nicht langweilig. Wenn uns langweilig ist, fangen wir wieder an zu würfeln. Mittlerweile haben sich diesbezüglich auch schon einige Wettschulden angesammelt. Wird auch so langsam Zeit, dass wir die mal abarbeiten. Aber ich denke, so wie das Wetter jetzt ist, ist es eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt dafür, damit mal loszulegen. Wir hatten einen Zögabend auf der Trampi mit einem neuen Opfer, der die wieder was Bescheides machen muss. Und das ist das gleiche wie letztes Mal mit Schnorchelausrüstung ab in den Laden und Baguette kaufen. Wer hat verloren? Die liebe Grace. Sie freut sich schon. Very smart, you took the short ones. Very smart. Seems like you did it before. Probably not gonna work. Fair enough. So actually we need to film this, so that it's even Covid compliant. Of course. Covering the snorkel with a mask. Very good. Okay, let's go. Very good. Okay, let's go. Let's go shopping. Bonjour. Bonjour. You have to look at me. Oh, you play for a cat. A cat. Do you want to take a cat? What are you having to do? You have to take the cat. You can take the cat. Hey, your cat is due to the cat. You have to take the cat. This cat is a cat. No, you have to take my dog out. Kannst du schreien? Ja, ich kann. Wir brauchen nichts. No, es ist kein Coffey. Gut gemacht! Perfect! Das war schnell und einfach. Und die Sache ist, dass sie dir nicht sogar schlafen. Es ist einfach so, okay. Just another day. Well done! Mission accomplished! Good job! Handvoll Brot? Auf Sie? Oder auf dich? Jetzt reine ich euch die Bolle. Die Ereche sind richtig gefahren. Sie haben sich ihre Bolle aufgereckt. Ah! Oh, ho, 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 ho. Ah, blutet. Ja, aber mir auch. Oh, der kleine Finger. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, ready? Yes! One, two, three. One, two, three. Oh, ho. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.